Musik Wow! Und yeah! Heute begrüße ich euch zu meinem 45. Mitmach-Bewegungs-Mitsingen-Tralala-Video. Ja, und heute ist für mich ein ganz besonderer Tag. Heute ist der 21. November, mein 59. Geburtstag. Danke, danke, danke für die ganzen Gratulationen. Es wird bestimmt noch ein toller Tag werden. Gleich werde ich auf jeden Fall noch lecker Kuchen essen und Kaffee trinken. Das Wetter ist heute auch sehr schön. Ja, genau das Richtige, eigentlich ein genau richtiger Tag, um für euch ein Mitmach-Video zu drehen. Ja, was passiert heute alles? Zunächst natürlich das Begrüßungslied. Dann singe ich euch ein Lied über den Nikolaus. Und zwar, was der alles so zu tun hat. Dann lese ich euch ein Nikolaus-Gedicht vor. Ja, dann kommt ein Mitmach-Video mit dem Nikolaus. Und dann kommt noch ein absoluter Nikolaus-Klassiker. Haha, und was für eine Mütze habe ich auch? Ja, eine Nikolaus-Mütze. Und was ist das dann? Ein Nikolaus-Spezial. Genau, also heute das erste Nikolaus-Spezial für euch. Und schon geht's los. Ja, und ihr kennt das ja schon. Ihr sagt mit mir zusammen, jetzt gleich zu mir. Guten Tag, Jürgen. Und das bei drei. Eins, zwei, drei. Guten Tag, Jürgen. Wow, zack, boing. Habt ihr wieder super guten Tag zu mir gesagt. Ich freue mich immer sehr darauf. Ich freue mich, dass ihr da seid, liebe Kinder und alle anderen auch. Ich freue mich, dass wir hier zusammen sind. Ja, bam, bam, bam. Tja, ich hoffe, ihr habt eure Hände zum Klatschen bereit. Denn jetzt wird erstmal eine Runde in die Hände geklascht. Seid ihr soweit? Und eins, zwei, drei. La 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 Da, 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 da... Hey, hey, super! Ja, und ihr wisst schon, das Ding klappt, müsst ihr alle, 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 alle aufstehen, denn jetzt wird eine Runde gehüpft. Auf geht's, ja? La 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 Nikolaus Genau, ja, da werden mir noch fast die Nikolaus-Mütze vorm Kopf gefallen. Jo, und mit dem Nikolaus-Special schreitet es voran. Ich habe ein ganz tolles Nikolaus-Lied für euch mitgebracht. Das heißt, der Nikolaus hat viel zu tun. Und das singe ich euch jetzt mal vor. Der Nikolaus hat viel zu tun. Der Nikolaus hat keine Zeit, sich auszuruhen. Geschicke bringt er immer in einer angsten Nacht. Die fragt mich, wie er das wohl macht. Womit rast der Nikolaus von Haus zu Haus? Tja, womit rast der Nikolaus von Haus zu Haus? Kommt er etwa mit dem Motorrad und rast über die Autobahn? Oder kommt er mit nem dicken LKW mit hundert Sachen angefangen? Oh, tja, womit rast der Nikolaus von Haus zu Haus? Tja, womit rast der Nikolaus von Haus zu Haus? Tja, womit rast der Nikolaus? Tja, womit rast der Nikolaus? Der Nikolaus von Haus zu Haus? Kommt er doch mal sehen, oder? Und vielleicht kommt er mit dem Skateboard oder er hat Rollstuhl an? Oder er kommt auf mit Besenstiel oder mit der Seilbahn? Oder mit dem Schlauchboot kommt er angefangen? Tja, womit rast der Nikolaus von Haus zu Haus? Tja, womit rast der Nikolaus von Haus zu Haus? Tja, womit rast der Nikolaus kommt mit dem Schlitter und dicht mit dem LKW? Die Rentiere ziehen ihn in der Nacht durch den tiefen Glitzerschnee? Tja, dann kommt der Nikolaus! Tja, womit rast der Nikolaus von Haus zu Haus? Tja, womit rast der Nikolaus von Haus zu Haus? Tja, womit rast der Nikolaus von Haus zu Haus? Das war doch mal ein erstes tolles Nikolaus-Lied. Tja, jetzt habe ich mir gedacht, ich gehe mal auf die Suche nach bekannten Nikolaus-Gedichten. Und ich habe hier eines gefunden, das ist ein uraltes Gedicht, das haben ja auch schon meine Eltern früher vorgelesen, sogar schon meine Großeltern. Und das Lied heißt, vielmehr gesagt, das Gedicht heißt Holler, Boller, Rumpelsack. Hier steht Nikolaus-Gedicht, Text Albert Sergel. Der war ein deutscher Schriftsteller von 1876 bis 1946, also schon ganz schön lange her. Geeignet für Kinder ab einem Alter von vier bis fünf Jahren. Okay, jetzt heißt es für euch ein Nikolaus-Gedicht. Holler, Boller, Rumpelsack. Holler, Boller, Rumpelsack. Niklas trug ihm Ruckelpack. Weihnachtsnüsse, gelb und braun, runzlig, punzlig anzuschauen. Knackt die Schale, springt der Kern, Weihnachtsnüsse ess ich gern. Komm bald wieder in dies Haus, guter alter Nikolaus. Ja, ein kurzes, aber ganz tolles Nikolaus-Gedicht. Kennt ihr sicher auch schon lange. Ja, das war das Nikolaus-Gedicht, was ich euch vorstellen wollte. Das ist jetzt als Ersatz für die Büchervorschläge da. Okay, gut, jetzt kommt das Nikolaus-Mitmachlied. Das ist ein ganz neues Lied. Das habe ich irgendwie selbst erfunden, weil es überhaupt gar keine Nikolaus-Mitmach-Lieder gibt. Genau, also. Es geht los. Das Lied heißt Der Nikolaus, Der Nikolaus. Und was ihr da alles so machen müsst, das erkläre ich euch, während ich das Lied singe. Okay? Der Nikolaus, Der Nikolaus trägt den Geschenke-Sack. Und hier in unserem Kreis selber. Dumm-Di-Dum, Dumm-Di-Dum. Tja, ihr könnt euch schon denken, alle Kinder oder doch alle, die mitmachen wollen, die müssen sich in einem großen Kreis aufstellen, ja? Ich sehe euch für mich, wie er in einem riesigen Kreis, hier alle steht. Und einer, der muss sich, oder eine, müssen sich jetzt finden, um den Nikolaus zu spielen. Und der Nikolaus, der trägt einen riesen Geschenke-Sack auf den Rücken, ja? Der Nikolaus. Und dann geht der Nikolaus oder die Nikolausin. Wir gehen dann los mit dem Geschenke-Sack hinten am Rücken. Und dann sieht man die erste Strophe. Der Nikolaus, Der Nikolaus trägt den Geschenke-Sack. Hä? Hier hinten am Rücken, habt ihr den gesehen? Hier in unserem Kreis selber. Dumm-Di-Dum, Dumm-Di-Dum. Der Nikolaus, der Nikolaus, der trägt den Hucke-Pack. Hier in unserem Kreis selber. Dumm-Di-Dum, Dumm-Di-Dum. Tja, was ist? Ach, plötzlich bleibt er stehen. Und er schaut dich an. Fragt, willst du nicht mit mir gehen? Antwort, dann von dem Kind oder demjenigen, der mitmacht. Ja oder nein? Will ich mitgehen? Will ich nicht mitgehen? Und dann hängt sich derjenige hinten dran, ja? Dann hängen die Kinder dran. Dann bringen wir die Geschenke hier zu jedem Menschen. Also ihr geht dann gemeinsam im Kreis herum und alle singt weiter. Dann bringen wir die Geschenke hier zu jedem Menschen hin. Ja und das Ganze geht dann wieder von vorne, nur muss, solange bis natürlich alle hinten dran hängen. Ich sing noch einmal dieses ganze Ding. Der Nikolaus, der Nikolaus, der Nikolaus, der Nikolaus, der trägt den Hucke-Pack. Hier in unserem Kreis her, der Nikolaus, der Nikolaus, der Nikolaus, der Nikolaus, der Nikolaus-Pack. Plötzlich bleibt er stehen und er schaut dich an. Fragt, willst du nicht mit mir gehen? Antwort, ja oder nein? Ja klar, will ich mit dir gehen. dann häng ich hintendran, dann bringen wir die Geschenke hier zu jedem Menschen hin. Dann bringen wir die Geschenke hier zu jedem Menschen hin. Ja, wie könnt ihr euch vorstellen? Wenn das so 20 Kinder sind oder Teilnehmer, Teilnehmerinnen, dann dauert das nächste Mal die ganze Weile bis alle hintendran hängen. Oh, dann gibt es eine Riesenschlange. Und alle tragen die Geschenke und greifen da gleich mal richtig rein und verteilen das Ganze, denn jetzt geht es ab. Sind alle hintendran, dann fangen wir zu laufen an. Immer schneller laufen und werfen die Geschenke in die Welt hinaus. Das heißt also, wir werden immer schneller. Ja, wir geben alle hintendran daher. Ich sing das jetzt nochmal. Ja? Und dann werden wir langsam immer schneller. Ich fang da noch nicht ganz so schnell an wie jetzt beim ersten Mal. Sind alle hintendran, dann fangen wir an zu laufen und werfen die Geschenke in die Welt hinaus. Sind alle hintendran, dann fangen wir an zu laufen und werfen die Geschenke in die Welt hinaus. Sind alle hintendran, dann fangen wir an zu laufen und werfen die Geschenke in die Welt hinaus. Den Geschenkesack hinten auf dem Rücken. Und dann kommt die Frage, willst du nicht mit mir gehen? Ja? Das wäre doch toll. Hängt sich hintendran. Dann hängen irgendwann alle hintendran. Und dann geht es im Kreis herum. Ja, und immer schneller, immer schneller. Und dann fangen alle an, jubelnd die Geschenke durch die Gegend zu schmeißen. Das macht bestimmt super, super, super viel Spaß. Ja, das war das Mitmach-Nikolaus-Lied, der Nikolaus, der Nikolaus. Wow! Ja, jetzt sind wir im Nikolaus-Special schon ein ganzes Stück vorangekommen. Jetzt kommt der Nikolaus-Lied-Klassiker für heute. Es heißt Guten Tag, ich bin der Nikolaus und ist geschrieben von Rolf Zukowski. Okay, geht los. Guten Tag, ich bin der Nikolaus. Alles klar. Also jetzt für euch. Guten Tag, ich bin der Nikolaus. Von Rolf Zukowski. Guten Tag, ich bin der Nikolaus. Guten Tag, guten Tag. In dem Sack gehe ich vom Haus zu Haus. Guten Tag, guten Tag. Es gibt viel zu tun, es gibt viel zu tun. Ich habe keine Zeit, mich aussuchen. Guten Tag, ich bin der Nikolaus. Guten Tag, guten Tag. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Heute Nacht, wenn alle schlafen gehen, heute Nacht, heute Nacht. Könnt ihr mich in euren Träumen sehen, heute Nacht, heute Nacht. Bis der Morgen graut, bis der Morgen graut. Bis der Morgen graut, bis der Morgen graut, bis der Morgen graut. Bis der Morgen graut, bis der Morgen graut. Bis der Morgen graut, bis der Morgen graut. Guten Tag, guten Tag. Es gibt viel zu tun, es gibt viel zu tun. Ich hab keine Zeit, mich auszumachen. Guten Tag, ich bin der Nikolaus. Guten Tag, guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Wow! Ja, war vielleicht ein bisschen zu schnell gespielt. Ab und zu hab ich das Fistur vergessen. Ja, kommt davon, wenn man die Lieder nicht ganz so oft spielt. Egal. Also, das war auf jeden Fall ein ganz, ganz bekanntes Nikolaus-Lied. Guten Tag, ich bin der Nikolaus. Ja, und jetzt sind wir auch schon wieder am Ende unseres Mitmachen-Videos Nikolaus Special 1 anbelangt oder angelangt. Und ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich, dass ihr so toll mitgemacht habt. Ich bin immer wieder begeistert von euren Kommentaren und dass das Video auch wirklich so doll und oft angeschaut wird. Ich freue mich darüber sehr. Und noch mehr freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche zum zweiten Nikolaus-Lieders Special hier wiedersehen. Das wäre doch super, okay? Jetzt auf jeden Fall das auf Wiedersehen. Und das hoffe ich auch, dass wir uns wiedersehen. Also, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, mit euch war es heute wirklich schön. Hey, hier mit euch zu hüpfen, hüpf, 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 hüpf. Und hier mit euch zu drehen, hier mit drehen und und hier mit euch mal wieder zu fliegen eine Runde. Ah, ich sehe, wie hier die Flügel schwenkt, super. Und hier mit euch zu winken, winky, winky, stinky. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, mit euch zu winken, 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 winken. Ja! Ta da water, ta da water, oh yeah! Whoa! Jack! Okay. Tschür's! D...... D..................... .